Hallo Leute, schon 15 Romane veröffentlicht hat sich der Fester Verlag kürzlich durchgerungen und erbarmt und hat endlich ein erstes Buch von Greg Gefuhn auf den deutschen Markt gebracht. Eine verdammt gute und weise Entscheidung, warum das so ist, werde ich euch gleich erzählen. Vorher ein paar Worte zur Geschichte von blutiges Frühjahr. Bernhard ist tot, der hat sich umgebracht und Ellen, Rick und Donald, allesamt drei Freunde aus Kindheitstagen, sehen sich plötzlich mit der Vergangenheit konfrontiert. Es wird nämlich behauptet, dass Bernhard damals Ritualmorde begannen haben soll. Und die drei Freunde fragen sich natürlich, wie kann das sein? Wir waren ja ständig zusammen und wie kann es sein, dass wir das nicht bemerkt haben? Und wie gut kannten wir Bernhard überhaupt? Bernhard hat zudem eine letzte Ankündigung hinterlassen. Und zwar die Ankündigung, es wird ein blutiges Frühjahr geben. Und tatsächlich ist es so, dass schon sehr bald in der Umgebung erste brutal zugerichtete Frauenleichen gefunden werden. Tja, und die drei Freunde sind plötzlich mittendrin. Aber zur Geschichte soll das eigentlich schon alles gewesen sein. Ich gehe lieber auf die Stärken des Buches ein. Der Autor hat es wirklich ausgezeichnet geschafft, mich von der ersten Seite an in die Geschichte zu ziehen. Gifun brennt dem Leser Bilder in den Kopf und lässt sie mit sehr detaillierten Beschreibungen lebendig werden. Die Geschichte ist von Anfang an wirklich spannend erzählt und die ein oder andere Überraschung gibt es auch. Darüber hinaus sind die Charaktere wirklich sehr gut ausgearbeitet. Und was besonders toll ist, gerade die drei Protagonisten ergänzen sich ganz hervorragend. Das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Das Frontcover gefällt mir übrigens sehr gut. Ihr könnt ja jetzt mal einen Blick drauf werfen. Sehr schönes Frontcover, dafür hat man bei der Rückseite ein bisschen geschwächelt. Ich zeige das jetzt mal. Ich finde das sowohl designtechnisch nicht besonders gelungen. Darüber hinaus stört mich aber vielmehr, dass Bernard dort abwechselnd mit H und ohne H geschrieben wird. Das ist ein kleiner Schnitzer, der nicht hätte sein müssen, der euch aber um Gottes Willen nicht davon abhalten sollte, dieses wirklich ausgezeichnete Buch zu lesen. Gerade wenn ihr auf Thriller oder Dark Fiction steht, dann ist Blutiges Frühjahr wirklich ein Buch, das euch sehr gefallen wird. Davon gehe ich ganz sicher aus. Und ihr werdet dem Fester Verlag dafür danken, dass sie diesen Autor in ihr Verlagsprogramm aufgenommen haben. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß damit und bin überzeugt davon, dass ihr das auch habt, wenn ihr eben auf diese Art Bücher steht. Ihr könnt ja mal einen Blick auf die Leseprobe werfen. Die gibt es auf der Seite des Fester Verlages. Ich verlinke diesen Verlag mal in der Infobox. Auf jeden Fall soll es das zu dem Buch gewesen sein. Deshalb bin ich jetzt hier raus und ihr seid im Bild. Wir sehen uns schon sehr bald wieder. Ich teste nämlich gerade den Kindle von Amazon, ein ausgezeichnetes Gerät. Aber dazu in einem späteren Video mehr. Und bis dahin sage ich Adios und Ciao. trying to plan an. 單bar